So, gucken wir mal. Also erstmal willkommen. Das ist quasi hier unser Vorlauf zu unserer zweiten Folge vom Casting des Chronos Contest. Und ich bin jetzt hier gerade auf einer kleinen Ausweichkulisse. Wir wissen noch nicht genau, was uns der heutige Tag bringen wird. Weil wir immer das Problem haben, dass mal jemand ab und zu fehlt. Und ja, deshalb ist heute wohl ein bisschen was anders in der Folge, was die Kulisse betrifft. Und auch was die Jurybesetzung betrifft. Wir wissen es aber noch nicht genau. Wir müssen einfach noch mal ein bisschen warten. Aber um schon mal ein bisschen was zu machen, haben wir ja gleich mal Lukas. Hallo. Die Royal Liberation Chronos Contest, auch als kleine Yacht bekannt. Also der kleine Yachtbauer wird schon wissen, was gemeint ist. Die RMS Unsinkbar 2 und die Equinox. Was ist los mit denen? Das hört man. Also bleib mal schön in der Maske, Lukas. Du musst ja schließlich glänzen wie so eine Spek... Gut, und ja, diese fünf Schiffe auf jeden Fall. Wir werden das erste Schiff in der alten Kulisse zeigen, wie ihr es gewohnt seid von der letzten Folge. Weil wir das schon vorgedreht hatten. Den Rest haben wir noch nicht gedreht. Voraussichtlich wird das hier gedreht werden. Es sei denn, es geschieht ein Wunder in vier Minuten. Aber das kann ich immer nicht wissen. Also von daher, wahrscheinlich werden wir uns hier wieder sehen. Ja, bis gleich Leute. Wir sehen uns dann wirklich in der aktuellen, also in der wirklich relevanten Aufnahme. Hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge unserer Vorrunde von Kronos Contest. Wir werden heute wieder fünf Arbeiten, eingesendete Arbeiten beleuchten. Und wie immer bin ich auch nicht allein. Ihr seht ja, vier Stühle gehören zu vier Jurymitgliedern. Und deshalb darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Experten für alte Schiffe und Schiffsgeschichte, nämlich Robin. Ja, das war doch ein Headshot. Sehr schön. So kennen wir dich, Robin. Na, geht's dir gut? Alles klar. Setz dich mal. Ja, dann natürlich unseren herzalliebsten Nörgel-Baron-Pizza. Ja, unser persönliches Dark Horse hier drin. Ja, danke. Danke, danke. Imaginär ist gut willkommen. Guten Tag. Guten Tag, YouTube. Guten Tag, Robin. Guten Tag. Guten Tag, Stühle. Wenn einer noch darker geht in seiner Bewertung, ohne den Mann, der die moderne Schifffahrt verinnerlicht hat, was wäre diese Jury ohne Marvin? Guten Tag. Ich muss zurück in die Kantine. Essen wird kalt. Jo, gut. Wollen wir das Essen mal nicht zu lange warten lassen, ne? Jo, was habt ihr eigentlich von der letzten Sendung so insgesamt für einen Eindruck? Ja, ich muss zum Beispiel in die Reha, ne? Also ich muss mich erholen, damit ich jetzt wieder fit bin. Okay. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt, ne? Ich kann mal keine Augen mehr. Mehr. Wann kommt eigentlich Robins Geheimtipp, äh, Linz Paul, das ist ja auch irgendwo dran? Der müsste eigentlich demnächst mal kommen. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Ich hab hier mal eine Liste und wir werden die jetzt systematisch abarbeiten. Ich denke, ihr seid bereit, eure Augen nun auf die Leinwand zu richten, denn wir blenden jetzt nämlich das erste Projekt ein. Und, bitte schön. So, wir beginnen auch gleich schon mit dem ersten Schiff und zwar ist es die MS Pacific von Linz Paul oder auch bekannt unter YouTube auf, ja, unter dem Namen Paul L5321. Sehr schöner Name. Also, wir haben uns das ja angesehen, wir blenden es auch ein. Wie sieht's aus? Wo fangen wir an? Marvin vielleicht? Du bist ja hier unser Experte für Modernen. Ich möchte anfangen. Ich will. Gut, dann fängt eben, keine Ahnung, macht das unter euch aus. Nee, ich hab ne andere Frage. Warum war der in der Szene gerade noch hier und ist jetzt sowas? Ja, das hat was mit Drehtagen und so zu tun. Ich mein, wir hatten Florian Silbereisen vorher eigentlich auch nicht mit hier drin, aber vielen Dank, Herr Silbereisen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gut. Robin ist aber trotzdem mit dem Geiste bei uns. Hallo, Robin. Ich bin hier. Ja. Hi. Okay, ich möchte erstmal dazu sagen, ja, ich hab mich ehrlich gesagt auf das Schiff so ein bisschen gefreut, weil man weiß ja, dass Linz Paul Schiffe bauen kann, ja, wir wissen alle, dass er jetzt Schiffe bauen kann. Nur dann geht man da hin und dann wird man erschlagen. Und zwar von viel zu viel. Also es ist einfach viel zu viel auf diesem Schiff. Viel zu viele Farben so und viel zu viele Details. Weniger ist manchmal einfach mehr. Und der Maschinenraum, weil ich bin ja immer so ein Fan von Linz Pauls Maschinenraum, ich muss sagen, auf dem anderen Schiff hat er mir besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz ist das wieder ein sehr schönes Schiff, bis auf das Hakenkreuz auf dem Pooldeck. Aber, ähm, doch. Also einfach weniger Details beim nächsten Mal irgendwie. Und, ähm, irgendwas war da noch, ich hab's jetzt aber vergessen. Welche Note würdest du eigentlich geben insgesamt? Was ist dein Urteil? Insgesamt eine 2+. Okay, alles klar. So, Robin, wie sieht's aus? Wie hast du das empfunden? Also, Linz Paul ist ja auch einer meiner Favoriten in diesem Wettbewerb, ja. Warum hast du dann die Lampe angemacht? Was? Nein, gar nicht mit mir. Auf jeden Fall. Genau wie Pizza, man wird halt erschlagen. Es ist viel zu vollgestellt. Es ist viel zu vollgestellt. Und somit wurde überstimmt, weil... Es ist einfach zu viel. Es ist ja drückt wie ich einen. Darum gebe ich auch nur 2+, aber es stimmt wie ich. Ach ja, genau, der Bug sieht diesmal nicht aus wie eine Zwiegel, sondern wie eine Birne. Gut, okay. Und für die Leute, die sich fragen, warum Robin so halt, der halt so, weil er auf dem Klo ist. Ja, weil, weil, du mal zu schön redest. Du bist sehr leise. Lukas, gab es auf diesem Schiff eine gute Grammatik? Mensch, du bist verteidigend. Und eins, es gibt's echt nicht häufig. So, und Marvin? Äh, ja, eigentlich kann ich nur wiederholen, was meine Kollegen... ...her auch gesagt habe, dass ein bisschen etwas zuvor gestellt war. Ja? Ja. Und, ähm, dieses Hakenkreuz hätte nicht sein müssen. Wer weiß, wer das da hingesetzt hat. Also, gib... Warum sitzt du denn nicht auf deinem Platz? Eine 2+. Auch eine 2+, alles klar. Das ist also bisher ja die beste Bewertung, die wir in dem Mitbewerb hier erreicht haben. So, und da sind wir wieder zum zweiten Schiff. Diesmal von der anderen Kulisse, wie ich es ja im kleinen Vorspann schon angedeutet habe. Und, ja, unsere Jury hat sich hier auch halbwegs vollzählig eingefunden. Das Schiff, das wir hier quasi besprechen werden, das blenden wir jetzt ein. Und zwar ist das die Royal Liberation. Hm. Ja, also, ich kenne mich ja nicht mit so alten Schiffen aus, ne? Ja, doch, klar, ja. Aber nicht so ganz, also, ich kenne mich mit alten Schiffen aus, aber doch nicht mit alten Schiffen. Und da muss ich sagen, ja, keine Ahnung, der Tiefgang, der ist irgendwie zu mächtig gewesen. Da dachte ich mir, meine Herren, was haben die da gelagert? Und dann war auch noch TNT, ich wollte es eigentlich, nee, nee, egal. Auf jeden Fall, ich gebe dem Schiff mal, ja, ich gebe dem mal eine 3, weil es von außen doch sehr eigentlich gut und aufwendig aussieht. Die Kanonen haben sogar Räder, ja, eine 3. Okay, gut. Pizza. Pizza ist live zugeschaltet aus einer Schlacht in Napoleon Total War. Wie sieht es aus? Ja, es sieht gerade schlecht aus, ich habe noch 25 Minuten, um die Schlacht zu gewinnen, wobei ich gerade wieder so ein bisschen das Blatt gewendet habe und am Gewinnen bin, aber es geht ja hier eigentlich um das Schiff. Und dazu kann ich sagen, ja, ist ganz nett, mir gefällt die Story da drin in diesem einen Buch, weil das zu der Zeit hier spielt, passt zum Thema, wer hat hier keine Munition mehr? Dann läuft! Also gut, Pizza, wie hast du das Schiff, die Royal Liberation? Ich gebe dem Schiff eine 3. Kommentarlos. Ja. Die Kanonen waren gut, die Kanonen haben mir gefallen. Die hatten, die, die waren so, so, das war echt, ja. Ähm, ja. Lukas, eine solide 4. Man muss dazu sagen, meistens werden hier auch 3 und 4 vergeben. Es kommt gar nicht so oft vor, dass 2 oder 1 oder sowas vergeben werden. Also eine 3, da fährt man hier eigentlich schon gut, wenn man eine hat. Gut, jetzt haben wir natürlich hier einen Kommentar aus dem vorerst mal, den muss ich mir im Nachhinein noch holen. Jo. Ich will jetzt nicht so süß, ne, dieses Lächeln. Ich meine, schaut euch das mal an. Insgesamt, ähm, ja, Pizza, möchtest du vielleicht noch irgendwas anfügen an Lukas Kritiken jetzt? Nö, eigentlich nicht. Buzzer, hat ja jemand gebuzzerd? Nö. Okay, gut. Weil diesmal ist kritisch, wir haben ein Buzzer weniger, das heißt... Ha, ich bin am gewinnen. Na gut, genau. Dann würde ich nicht sagen, wollen wir gleich mit dem nächsten Schiff weitermachen? Ja, wir machen mit dem nächsten Schiff. Ja, aber natürlich noch an die Zuschauer... Und das ist gestoppt. Nein, nein. Achso, es sind auch die Leute, die es gesagt haben, Deutschland hat das Spiel gesehen, haben Portugal richtig genutzt. Das ist so richtig schön. Und na, du hast geheult. So, dann muss ich es sagen, es ist enorm. Ja, nee, es ist... Das ist jetzt irgendwie... So, kommen wir also, wie gesagt, gleich zum nächsten Schiff. Und zwar... Wenden wir es gleich mal ein, bitte. Das ist eine kleine Yacht, leider namenlos. Die Map heißt Chronos Contest, was auch nicht zu viel über das Schiff verrät. Wir werden einfach jetzt mal gucken, was ja die Impressionen in der Jury waren, wer fängt an. Na ehrlich, was war denn? Also gut, Lukas repariert seinen Platz, während Pizza den Kommentar zu dieser Yacht abgeben darf. Ich weiß nicht, was mit dem Pool verkehrt ist. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Das Wasser läuft da so runter wie eine Art... Wasser. Also nicht, 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 ja, Wasserfall, der aber nicht steil, der sein wird. Ich würde sagen, das Schiff ist hier und da ganz interessant, auch eingerichtet und so. Und, ja, ganz nett, ja. Ja, und auch Backbord und Steuerbordlicht ist vertauscht, also... Backbord ist rot und Steuerbord grün. Das kannst du dir daran merken, dass Backbord, dein Herz, das pumpt Blut und deswegen macht das so Backbord und das Blut ist ja rot und dann... Verstanden, deswegen ist Backbord... Sag einfach auf links oder rechts... Versteht ihr das nicht? Ja schon, aber es wäre einfach, wenn du gesagt hättest, dass... Das kann man sich aber dann nicht merken. Ja gut, wie zählt es mit der Note aus? 6 minus. Okay, gut. Und die wörtliche Note? Äh, eine 3 plus. Ja, die ist solide 3, so, Robin. Legt das Schwert weg. Ich gebe nur für Schnitt 3, so, fertig. Also hier ein glatter Schnitt. Ähm, ja, dann können wir eigentlich fast... Das wird noch für Schnitt 3. Fast glatt, also gleich weitermachen eigentlich. Dann kommen wir mal zum nächsten Schiff. Und zwar wenden wir das jetzt hier mal ein, bitte. Das ist die RMS Unsinkbar 2. Im Übrigen müsste ich vielleicht noch, ist mir gerade aufgefallen, fairerweise dazu sagen, wer die einzelnen Schiffe eigentlich eingeschickt hat. Das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Damit wir die helfen können. Und deshalb, die Royal Liberation war Tim Niklas Buchholz, das haben wir vorhin schon mal bewertet. Dann die Kronos Contest oder die Yacht Map, ähm, war TheOneGames.de und Marcel Schmal hat die Unsinkbar 2 eingeschickt. Robin, bitte, wenn ich rede dann. Hä, nee, du hast ja gerade bei Linspaul doch schon, glaube ich, den Namen da aufgelistet, oder? Das ist ja zusammengestellt. Das kann sein, aber Linspaul habe ich auch vor drei Tagen oder wann gedreht. Es gab ein Museum, ne? Da war halt eine Glocke der Titanic ausgestellt und da stand RMS Titanic Glock. Ich kann es nur mal schreiben. Ich glaube, es war so Glock. Naja, auf jeden Fall, ähm... Nun ja, das Ding, man kann mit Verlaub wahrnehmen, denn, das ist diesmal, also ich denke jetzt mal wirklich, dass das eine Titanic werden soll. Ich sehe also, ich... Man kann da halt erkennen, dass das wirklich eine Titanic sein soll, die dann später wahrscheinlich umbenannt wurde, weil wirklich, da gab es wirklich alles an jedem Fleck. Außer das Museum und so ein komischer Pool hinten, übrigens. Es war alles, alles, alles. Es war einfach alles, alles, alles. Ja, aber willst du vielleicht deinen Buzzer, oder willst du ihn anbehalten? Ich will alles. Gut, er will ihn anbehalten, den Buzzer, sehr schön. Ja, du bist schön. Schön ist das nicht für den Kandidaten, ne? Also, du kannst dich entscheiden, Robin. Und Lukas, bitte nicht mehr an andere Buzzer fassen. Ich möchte hiermit einen Misstrauensantrag gegen den obersten... Moment, nein, gegen Robin stellen. Das ist schon so geil. Du machst mir nicht. Du, das Ding, ne? Ach, meine Fresse, ja, okay. Ich bin doch... Ja, was geben wir ihm denn? Ja, das Schiff, da, da, ich, das Schiff trotzdem... Du magst nur den Erbauern, das gibt's zu. Ich mag das Schiff aber auch nicht, das ist komplett die Titanic. Komplett, das ist die, Simon Titanic. Also, alles... Du, das wirst du's bitte lassen. Also, der Typ hat, der Typ hat versucht, also mir kam zuvor, als ob der Typ versucht hätte, das Internet der Simon Titanic zu nehmen und den Max, äh, Schiffsbauwettbewerb rum von damals reinzupacken. Nämlich, finde ich, das ist genau alles kopiert von Max, Simon Titanic auch, also gebe ich ein Schiff mit 5. Tja, das ist ein hartes Urteil. Ähm, Pitzer, wie siehst du das mit der, ähm, ist unsinnbar 2? Darf ich jetzt sagen, dass ich mir das Schiff nicht angeguckt hab? Warum hast du dir das Schiff nicht angeguckt? Weil man hier so gehetzt wird, ich noch ein Privatleben hab und keine Zeit hatte, auf deinen Server zu gucken. Gut, Pitzer, was ich denn... Nein, aber ich kenn das, ich kenn das Schiff aus, aus, äh, diversen Filmen und ich war da schon irgendwann mal drauf. Also, ich hab da so grob in Erinnerung. Also, dass da Titanic Lock steht, ist mir scheißegal, nur weil da ein E fehlt, Fehler passieren. Wie bitte? Soll ich mal durch Versailles gehen und gucken, was du da alles falsch hast? Auf jeden Fall gebe ich dem Schiff eine neutrale 3. Weil, sagen wir es mal so, es, Robin hat recht, es ist relativ viel Titanic und ich kenn Max Titanic kennen? Titanic Cast? Keine Ahnung, so eine Scheiße kann man nicht steigern, äh, plural gibt's davon nicht. Ihr wisst, was ich meine und deswegen, ja, ich bin, ich bin einfach nett, vielleicht werde ich noch irgendwann so böse, dass ihr mich alle hasst und mich als Teufel bezeichnet, so wie Robin das jeden Tag tut. Mach mal meinen Buzzer aus. Ist mein Buzzer an? Wer war das? Sobald die Kamera aus. Nein, alles gut. Lukas, kommen wir zu dir. Ich, es tut mir leid, ich konnte den Buzzer nicht drücken, ich bin nur zu nett. Ich bin nicht... Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich nichts gegen die Titanic hab, nur weil hier einige, die schon ein paar Mal gebaut haben und deswegen... Ja, von Füßen, einige mal. Was denn? Ja, ein sehr hartes Urteil von dir, aber ehrlich, von der Basis ist gedrückt, ich nehme auch nicht an, dass jemand seinen Joker mobilisieren will. Ich muss meine Armeen mobilisieren. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns lieber gleich... Ach ja, was Marvin, glaub ich, gesagt hätte, die Schornsteine haben keinen Schach nach unten. Also ich werde mal Marvin nochmal fragen, was er da jetzt als... Warte, 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 warte. Aber Marvin wird diesbezüglich noch, ähm, sozusagen nachgereicht. Wenn man das so sagt. Und zwar, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Chronostarf-Schiff? Das ist das letzte Schiff, dazu werden wir gleich mal kommen, wenn wir das hier einblenden. Und zwar, ja, die heißt eigentlich Equinox, wie man am Heck sehen kann. Warte, 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 das Schiff hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, deshalb kannst du dir auch hier leider kein Urteil erlauben. Sag mal, was ist das hier für eine Organisation? Ich möchte sofort einfach... Marvin hat alle Schiffe gesehen mittlerweile, aber du warst irgendwie dann trotzdem irgendwo. Ich bin leid, dass ich Privatleben hab. Ich werde ich mein Privatleben ab sofort einstellen. Gut, das ist damit nicht gemeint. Ja, äh, steht halt wie Hermes, ich hätte das Namen jetzt, wäre hin am Heck, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, also, das Schiff gefällt mir. Also, das, also, es gefällt mir, abgesehen davon, dass die Seite weggesprengt wurde. Warte, was? Ja, eine Seite am Heck wurde weggesprengt, sieht so aus. Dann, ähm, dass viele Räume halt leer waren, dass der ganze Schiff fast komplett leer war. Dass, meiner Meinung nach, gab es, ähm, es gibt viel zu viele öffentliche Räume. Und ich hab bisher nur ungefähr, keine Ahnung, 10 Kabinen oder 15 Kabinen gesehen und so. Und ich denke nicht, dass 15 Kabinen, dass da so viele Leute sind, dass das ganze Schiff gefüllt ist. Also, ein bisschen, ein Kabinenmangel ist da. Ja, naja, auf jeden Fall, wie soll das Schiff drehen, weil das Ruder ist an Seilen befestigt. Und, also, das reißt ja auseinander. Warte, das Schiff hat 15 Kabinen? Ja, ja, ich hab, ich hab also gezählt. Ich hab nicht, ich hab nicht alle gezählt, aber es waren so wenige und so viele öffentliche Räume mit so vielen Plätzen. Das ist irgendwie komisch. Das ist doch schön, da hat man Privatsphäre, das ist ein Schiff für die Elite. Jo. Und auf jeden Fall, ähm, gebe dem Schiff mal eine 3. In dem Schiff, aber ich muss dazu sagen, vielleicht war es auch nicht fertig, weil einfach die Zeitdruck zu groß war, ne? Ja, stimmt, es war noch nicht fertig, hat er gekürzt. Ja, aber das muss man einfach mit einfließen lassen, das muss man dann berücksichtigen und, ja, 3 von Robin. Gut, Lukas. Dieses Schiff kommt von T-Bob LP. Ja, äh, gut. Ich will auch noch mal ein paar Takte dazu sagen, insgesamt war es ein recht nettes Konzept, auch mit dem Schornsteinmalers. Auch von außen fand ich jetzt, also die eine Seite mit dem Heck und so, die ganzen Formen, die er gemacht hat, waren interessant. Also, die Sanker hat sich da was dabei gedacht und der hat das auch nicht irgendwo rauskopiert oder sowas. Und der hat da wirklich was Eigenes konstruiert, von dem ganzen Aufbau her. Aber warum? Ja, das ist, er hat sich Gedanken gemacht über einen eigenen Rumpfaufbau, eigenen Schornstein, eigene Ideen komplett. Und deshalb... Lass mich raten, du gibst deine Punkte am Freitag. Nee, was? Am Anfang... Hä? Ich fand das insgesamt... Es ist, ich, ich, ich schwanke momentan, also ich denke mal, es ist schon... Ich meine, ich gebe jetzt hier einfach mal eine Zwei drauf. Und eigentlich... Was haben die anderen gegeben? Das, was ich gesehen habe, von Schuhe. Also von daher. Aber das ist normal, so sieht man meine Noten immer. Nee, ich bin eigentlich Moderator. Ich möchte auch eine Note abgeben, ich gebe eine Sechs, weil ich es nicht gesehen habe. Du hast ja auch nicht gesehen, zwei. Meine Note kommt noch nach, nachdem ich mir das angesehen habe. Soviel mal zu dieser Folge und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Einfolgsfest der Volksmusik, Robin, raus aus dem Bild.